Unartig, Folge 3 Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich als Bundespräsident der Herzen wünsche Ihnen nachträglich alles Gute für 2012. Auch im Namen meiner Frau. Viele Deutsche fragen sich, komme ich gut durch die Krise und reicht das Geld? Aber das muss nicht sein. Denn wer wenig Geld hat, der muss einfach gut damit umgehen können. Warum nicht einfach mal Urlaub bei Freunden machen, umsonst natürlich. Und wenn Sie einen Kredit brauchen, achten Sie darauf, dass die Konditionen stimmen. Auch im Namen meiner Frau. Wenn Sie diese Tipps beherrschen, kommen Sie garantiert gut durch die Krise, genauso wie ich. Oder wie Udo Lindenberg einst sang, hinterm Rubikon geht's weiter. Liebe Landsleute, wenn Sie möchten, dann spreche ich Ihnen diese Tipps auch persönlich auf Ihre Mailbox. Auch im Namen meiner Frau. Ihr Bundespräsident der Herzen. Und jetzt, wo Sie genug Geld haben und gut durch die Krise kommen, nur noch ein Tipp. Kaufen Sie diese CD. Everything's light When the stars are shining bright Everything's light When you're sleeping by my sight Everything's light Everything's light Everything's light Everything's light